samstag der 4. dezember 2021 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ihr seht wir müssen auch heute das adventskalendertürchen öffnen und start macht adventskalender und zwar ein kleeblatt was daraus gefallen ist so bei dem teegut kommt eine kerze hervor bei dem aldi minions adventskalender kommt ein auto hervor und schließlich bei dem zweiten adventskalender vom teegut kommt auch ein auto hervor so hier kann man es dann sehen und wie gesagt bitte liked das video und lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen am sonntag dem zweiten advents